Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns den Strukturalismus in der Sprache und im Spracherwerb an. Viel Spaß dabei. Wie immer gilt vorab, dass wir dieses Video extra für euch aus einem Highlight-Video zusammengekattet haben. Das heißt, dass hier ausschließlich eben es um ein spezifisches Thema gehen soll, was nicht das Gesamtvideo ist. Wenn ihr das Gesamtvideo schon gesehen habt, ist das lediglich Wiederholung. Und ansonsten könnt ihr euch auch gerne das Gesamtvideo angucken. Erster Link in der Videobeschreibung oder auch einfach auf der Infokarte klicken. Und dann sehen wir uns ganz bald oder jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Kommen wir dann zum Strukturalismus in der Sprache. Das ist jetzt ein konkretes Konzept, was es euch ermöglichen soll, die Sprache besser zu verstehen. Und darstellt, wie der Spracherwerb innerhalb der Sprache stattfindet. Das heißt, wenn wir vom Strukturalismus sprechen, müsst ihr euch immer klar machen, das ist ein Konzept, was neben zum Beispiel dem Nativismus besteht und ermöglichen soll, die Sprache besser zu verstehen. Wobei der Strukturalismus, entsprechend des Namens Struktur, auf Struktur und Systeme fokussiert ist. Das heißt, hier geht es darum, die Analyse von Sprache durch die Untersuchung von Strukturen und Systemen zu ermöglichen. Hierbei sind nicht nur der Inhalt einzelner Wörter oder Sätze im Vordergrund, sondern vielmehr der strukturellen Beziehungen zwischen den Elementen. Und dadurch zielt dieser Ansatz darauf ab, Muster und Regeln zu identifizieren, die das Funktionieren einer Sprache ermöglichen. Das heißt, wir haben einen sehr analytischen Ansatz im Strukturalismus, der es uns ermöglichen soll, dass wir die verschiedenen Patterns, also die sogenannten Muster, ganz klar identifizieren können, damit wir einzelne Wörter oder Sätze dann in einem Gesamtkontext verstehen wollen. Es geht nicht darum, dass man die Semantik, also die Bedeutung von einzelnen Wörtern will verstehen, sondern immer den kompletten komplexen Inhalt in einem System. Und dazu passend ist Ferdinand de Sassur, der die Zeichenlehre ganz konkret analysiert hat. Er war ein Schweizer Linguist, also hat sich Sprachen angeguckt, war ein Sprachwissenschaftler und gilt auch unter anderem als Begründer des Strukturalismus. Warum? Weil er den Fokus darauf gesetzt hat, zwischen sprachlichen Zeichen, also beispielsweise signifikanten und einem signifikanten, akustisches Bild oder einer Bedeutung, ein Verhältnis zu kreieren. Wir haben also einerseits Bilder und dann deren Bedeutung. Und dadurch betont Sassur die Bedeutung von Wörtern durch ihre Position innerhalb des sprachlichen Systems, nicht durch inhärente Merkmale. Er sagt also ganz klar, wir haben hier immer Merkmale, die vorhanden sind, aber die sind nicht entscheidend dafür, was wir in einer Sprache verstehen. Viel wichtiger ist es, sprachliche Systeme zu verstehen anhand der Wörter und wo sie gerade vorhanden sind. Und das ist genau das, was der Strukturalismus nämlich meint. Es geht darum, dass wir Wörter haben, aber viel wichtiger ist, neben der Bedeutung der einzelnen Wörter, dass wir ein System haben, in dem diese Wörter vorhanden sind. Das heißt, wenn ihr den Strukturalismus verstehen wollt, müsst ihr euch ganz klar machen, dass der Strukturalismus immer aus mehreren Wörtern, aus Sätzen, aus komplexen Inhalten besteht und sich immer den Kontext anguckt. Dieses Wort Kontext ist das zentrale Merkmal vom Strukturalismus. Es geht immer darum, in welchem System, in welchem Kontext finden wir ein bestimmtes Wort vor und daran wird dann die Sprache gebildet und daran lernen dann natürlich auch Kinder den Spracherwerb. Dafür gibt es die Synchronie und die Diachronie. Der Strukturalismus unterscheidet nämlich genau zwischen einer Synchronen- und einer Diachronenanalyse. Bei einer synchronischen Analyse betrachtet eine Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt und analysiert die gleichzeitigen Beziehungen zwischen den Elementen. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Moment einen Satz, den gucken wir uns einmal an, zu diesem Zeitpunkt und da analysieren wir einmal alles. Und dann gibt es die Diachronenanalyse. Das heißt, hier gucken wir uns die Entwicklung einer Sprache an. Wir haben jetzt einen Satz und dann gucken wir uns mit den Einflüssen beispielsweise der Jugendsprache in zehn Jahren nochmal an, was dann die Jugendsprache ist und wie dann dieser Satz gesagt werden würde und gucken uns dann an, wie wir uns entwickelt haben, wie die Sprache sich entwickelt hat. Und das kann natürlich über viele Jahrhunderte hinweggehen, nicht nur über Dekaden, also Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte und dadurch ist natürlich beides im Strukturalismus wichtig, denn wir gucken uns ja immer das System an, die Struktur, wie ein Satz gebildet wird, wie eine Bedeutung sich weiterentwickelt. Und dafür müssen wir einerseits wissen, was im jetzigen Zeitpunkt ist und andererseits müssen wir wissen, was langfristig ist, was über die Jahre hinweg sich entwickelt. Und dementsprechend geht es auch immer um Transformationen und Rekursionen. Strukturalistische Ansätze, wie beispielsweise von Saussure, Ferdinand de Saussure, analysieren auch die Transformationen und Rekursionen in der Sprache, wie sich etwas weiterentwickelt also. Transformationen beziehen sich hier auf die Umwandlung von sprachlichen Einheiten, während man mit Rekursionen ganz konkret meint, wie man etwas wiederholt anwendet und wie eine wiederholte Anwendung von Regeln auf sich selbst beschreibt. Und das dient natürlich dazu, dass man die komplexe Sprache besser verstehen kann, denn auch in der Sprache gibt es ganz viele Wiederholungen, also Rekursionen und ganz viel Wandel. Das haben wir gerade mit dem Konzept der Synchronie und der Diakonie dargestellt. Insgesamt ist der Strukturalismus, und das merkt ihr jetzt gerade, sehr komplex. Was ihr unbedingt mitnehmen müsst, ist, dass der Strukturalismus, und da ist insbesondere Ferdinand de Saussure, hervorzuheben, dass ein Fokus auf Strukturen und Systeme gesetzt wird, dass der Kontext analysiert wird und dass man auch über den Zeitraum hinweg, also über mehrere Monate, über mehrere Jahre, über mehrere Jahrzehnte und mehrere Jahrhunderte hinweg, sich den Wandel anguckt und das konkret mit der Diakonie gemeint ist. Und dadurch sollen dann komplexe sprachliche Ausdrücke besser beschrieben werden können und man einfache Elemente im Kontext mit diesen komplexen sprachlichen Ausdrücken auch verstehen kann. Und daran ist dann natürlich auch der Spracherwerb gekoppelt, dass Spracherwerb stattfindet durch einen ständigen Sprachwandel und auch durch die Analysie von Struktur und System. Und bevor es genau damit weitergeht, wollen wir euch noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache präsentieren, denn wir haben umfassendes Lernheft zu den Theorien zum Spracherwerb gemacht. Das ist wirklich auch nur eine ganz kleine Unterbrechung, denn wir freuen uns einfach riesig, dass wir euch das jetzt vorstellen können. 25% mit dem Code ABITUR25 bekommt ihr außerdem auf alles im Shop, unter anderem auch auf das Sparpaket zum Deutschabitur, was ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt ist. Also ihr seht schon einiges, was ihr da lernen könnt, einiges, was ihr da auch sparen könnt. Und bei diesem Schülerheft, gerade zu den Theorien zum Spracherwerb, gibt es so viele Zusatzinfos, die wir einfach in den Videos nicht erwähnen können. Die könnt ihr da nochmal gesondert lesen, lernen und dann anschließend auch mit verschiedenen Aufgaben und Lösungen abgleichen und super für die nächste Klausur lernen. Erster Videobeschreibungslink, checkt es unbedingt aus und dann geht es weiter mit dem Video. Kommen wir dann zur Epigenese im Spracherwerb. Und dafür müssen wir erstmal verstehen, was ist Epigenese? Und Epigenese meint letztendlich nichts anderes als die genetische Entwicklung, die genetische Grundlagen und bezieht sich auf die Wechselwirkung zwischen genetischer Veranlagung und den Umwelteinflüssen bei der Entwicklung von Sprachkompetenzen. Das heißt, wenn wir uns die Epigenese im Spracherwerb angucken, gibt es zwei Lager, die dafür wichtig sind. Einerseits, was haben wir im Menschen genetisch veranlagt? Und andererseits gucken wir uns an, welche Umwelteinflüsse gibt es bei der Entwicklung von Sprachkompetenzen. Genetische Faktoren legen sich natürlich bei der Geburt letztendlich fest. Die Anlage ist sprachliche Fähigkeiten und bei Umwelteinflüssen haben wir nicht so etwas Festes, nicht so etwas Statisches, sondern ein dynamisches Umfeld wie sprachliche Simulation, sprachliche Stimulation und soziale Interaktion. Genetische Veranlagung können dadurch dann natürlich beeinflusst werden. Und das ist ganz klar, wenn ihr in einem sozialen Kontext, beispielsweise in der Schule seid, dann habt ihr zwar immer noch eure Fähigkeiten, die ihr von Geburt an mitbekommen habt, aber ihr werdet natürlich stark dadurch beeinflusst, welche Freunde euch umgeben. Und das wechselt sich vielleicht über die Jahre hinweg auch mal ab und führt letztendlich dazu, dass ihr im Endeffekt einiges an verschiedenen Erfahrungen bekommen habt und schlussendlich dann eure genetischen Anlagen epigenetisch sich weiterentwickelt haben durch sprachliche Stimulation und soziale Interaktion, also durch Umwelteinflüsse. Und das ist insbesondere im kritischen Entwicklungszeitraum wichtig. In dem sogenannten kritischen Entwicklungszeitraum haben wir nämlich gerade genetische und Umweltfaktoren, die miteinander interagieren und dadurch die Sprachentwicklung geformt wird. Und das meint insbesondere eine Phase, in der man sehr empfänglich dafür ist, sprachliche Reize und die Qualität der sprachlichen Umgebung wahrzunehmen. Und das führt dann dazu, dass man langfristige Auswirkungen auf diese sprachlichen Fähigkeiten hat. Und welche Phase meint man hier natürlich primär? Es ist die Adoleszenz, also die Jugend, die Pubertät im weitesten Sinne, die ganz besonders offen für Entwicklungsprozesse ist. Und es meint natürlich auch den Zeitraum kurz nach der Geburt. Denn da sind viele Kinder, viele Gehirne sehr jung und führen natürlich dazu, dass hier ein Entwicklungszeitraum vorzufinden ist, der dann langfristig dazu führt, dass Kinder und Jugendliche sich weiterentwickeln. Und das passt zu den neurobiologischen Prozessen, die in der Epigenese natürlich eine große Rolle haben. Denn epigenetische Mechanismen spielen eine Rolle bei der Regulation von Genaktivitäten, die wiederum die neurobiologischen Grundlagen des Spracherwerbs beeinflusst. Was mit neurobiologischen Prozessen gemeint ist, ist, dass alles, was ihr an sprachlichem Erwerb feststellen könnt, immer auch mit der Neurologie eures Gehirns zu tun hat. Also mit Prozessen, die in eurem Gehirn stattfinden. Und diese neurobiologischen Grundlagen führen dann dazu, dass bestimmte Prozesse nacheinander ablaufen. Darüber hinaus fördert das natürlich euer Gehirn. Bestimmte Gehirnregionen werden beeinflusst und es kommt zu einer sogenannten neuronalen Plastidizität. Das meint ganz konkret, dass eure Gehirnareale, also eure Gehirnregionen, im Verlauf der Zeit immer weiter verbessert werden, ausgebaut werden und ihr euch weiterentwickeln könnt. Diese Weiterentwicklung führt natürlich ganz konkret dazu, dass ihr langfristig auch größere Gehirnareale habt, die dann die Sprache verarbeiten können, beziehungsweise besser verarbeiten können. Wenn ihr euch das genau angucken wollt, könnt ihr gerne auch auf unserem Edizinerkanal vorbeigucken. Da haben wir auch einiges zur Sprache erworben und dargestellt. Hier an dieser Stelle wollen wir euch konkret nur das Wernicke-Areal und das Broker-Areal nennen. Das ist jetzt für Deutsch definitiv nicht wichtig, aber falls ihr ein bisschen Insiderwissen haben wollt, dann ist es das Wernicke-Zentrum, das Broker-Areal, die ganz konkret dafür verantwortlich sind, dass eure Sensorik, also im Wernicke-Zentrum und eure Motorik im Broker-Zentrum verarbeitet werden und dass diese Eindrücke, die ihr mit der Sprache bekommt, auch mit dem Hören verknüpft werden beispielsweise und so ein insgesamter neurobiologischer Prozess stattfindet, der mit ganz vielen Sinneseindrücken zusammenarbeitet. Und dann kommen natürlich noch die Umwelteinflüsse und Sprachentwicklung dazu, die genau dazu passen, nämlich familiäre Interaktion, Bildungsniveau und euer sozioökonomischer Status, der natürlich durch euer soziales Umfeld und durch eure wirtschaftliche Lage geprägt ist und dadurch kann epigenetische Veränderung dann in der Sprachentwicklung stark beeinflusst werden und insbesondere ist hier natürlich wichtig, dass man einen förderlichen Umgang damit hat. Das wird beispielsweise in der Schule ganz stark versucht, in dem ihr sehr viel lesen sollt und in dem ihr euch immer wieder austauschen sollt mit euren Lehrern, mit euren Lehrerinnen und natürlich auch mit euren Mitschülern. Und hier werden dann umfassende Sprachkompetenzen entwickelt und langfristig sollen eure genetischen Potenziale ausgeschöpft werden. Und so ist es im Spracherwerb, in der Epigenese, dass hier zwei wesentliche Faktoren miteinander korrespondieren, nämlich die Veranlagung und die Umwelteinflüsse, die dann langfristig zu einem erfolgreichen Spracherwerb führen sollen. Und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen und freuen uns jetzt, wenn ihr uns ein Like da lasst oder gerne auch unseren Kanal kostenlos abonniert. Ansonsten checkt doch unbedingt unsere Theorien zum Spracherwerb aus. Die sind jetzt in einem Heft für euch verfügbar. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es 25% mit dem Code ABITUR25. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und auch das Sparpaket in Deutsch. Und vielen weiteren Fächern findet ihr dort auf der Webseite. Checkt es unbedingt aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.